Zunächst ist auf jeden Fall zu sagen, dass es wohl die letzte öffentliche Veranstaltung vom Europakandidaten Maximilian Gras ist. Dem wurde heute quasi so ein Auftrittsverbot erteilt von der AfD. Grund dafür sind Aussagen, die er zur SS-Zeit gebracht hat, die eben die französische Rechtepartei dazu genötigt haben, zu sagen, dass sie nicht mehr mit der AfD dann im EU-Parlament eben gemeinsame Sache machen wollen. Zum anderen muss man aber sagen, dass die Veranstaltung sonst relativ ruhig war. Also ich war so um 19.45 Uhr vor Ort und das Erste, was ich gehört habe, waren so die Gegenrufe der Gegendemonstrationen. Da wurden Parolen wie eben Nazis raus natürlich ja in Sprechchören gesungen. Die Polizei meinte, das waren ungefähr 320 Demonstrierende. Die AfD hat später im Saal gemeint, wir sind mehr als die da draußen. Das würde ich dann nicht wirklich bestätigen. Also die Polizei meinte so kurz vor der Veranstaltung, dass so 80 bis 100 Leute im Saal wären. Das wurden dann aber auch wieder mehr, muss man sagen. Ich habe mal so grob überschlagen, wahrscheinlich so 200. Und ja, die haben dann unter anderem dem Neu-Ulmer Kreisvorsitzenden Franz Schmid bejubelt, aber vor allem natürlich dem Europakandidaten. Da gab es immer wieder Szenenapplaus, er wurde so ein bisschen wie so ein Rockstar gefeiert und im Anschluss an die Veranstaltung gab es auch noch eine Fotosession mit Selfies, wer eben wollte. Zum einen ging es natürlich erstmal gegen alles eigentlich, gegen die Regierung in Deutschland, denn Deutschland gehe immer weiter den Bach runter. Es gehe aber auch ganz stark gegen die EU an sich, als ein bürokratisches Monster, das eine unglaubliche Macht hat und Deutschland auch vieles vorgibt, viele Regeln auferlegt, die Deutschland umsetzen muss wegen der EU. Und das teils von Leuten, die wir gar nicht demokratisch wählen. Also das war ein ganz großer Punkt, eben dieses gegen alles schießen, was links der AfD ist. Und zum anderen waren es natürlich Themen auch, die die AfD immer wieder anspricht. Es ging um Klimapolitik, die einfach auf Kosten der deutschen Steuerzahler, auf Kosten der Arbeitnehmer geht. Es ging aber auch natürlich um die Unterstützung in der Ukraine. Man wolle den Krieg beenden. Es könne nicht sein, dass hier auch die Steuergelder eben genutzt werden, um Waffen zu liefern. Das waren so die allgemeinen Themen. Und dann ging es auch ideologisch um Themen wie Familien, eine niedrige Geburtenrate, Genderwahnsinn etc. Also ich würde so sagen, das waren so diese Themen, die man eben von der AfD erwartet. Und im Endeffekt bleibt so für mich ja die Quintessenz, dass die Leute, die da waren, wahrscheinlich eh schon AfD nah sind und demnach wohl die AfD wählen werden. Ob da jetzt wirklich Leute waren, die noch unschlüssig sind und sich dadurch haben überzeugen lassen, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber wir als Presse sind laut der AfD eh nicht ganz so objektiv. Vielen Dank.